– Komm wieder mit mir nach Heisenki. – Was soll ich da? – Ohne dich stehe ich das nicht durch. – Was bin ich eigentlich für dich? Du kannst doch nicht herkommen, nur weil du dich woanders nicht wohlfühlst. – Das ist es doch nicht. – Naja, aber du benimmst dich so. – Es ist nur, wenn ich verliere, wenn ich alle enttäusche. Nach diesem Werberummel denken die doch sonst was von mir. Was, wenn ich dich enttäusche? – Wieso solltest du mich enttäuschen? Ich erwarte doch gar nichts von dir. Außerdem, wenn jemand enttäuscht ist, dann nur von seinen eigenen blöden Vorstellungen. – Und dafür bist du nicht verantwortlich. – Ist das so? – Das ist so. – Wirst du mich heiraten? – Wirst du denn nun Weltmeister? – Na klar. – Dann kann ich dich auch heiraten. – Dann kann ich dich auch heiraten. – Das ist so. – Das ist so. – Das ist so. – Das ist so. – Danke, dass du mich so. – Du hast mich glänzt es so. – Also, ich bin schon zu lieb. – Das ist so. – Ich bin so. – Ich bin so. – Ich bin so. – Ja, ich bin so. – Ich bin so. – Ich bin so. – Ich bin so. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020